der einundzwanzigste ein montag nacht der nebel hält die stadt in schleierntrübe ein müßiggänger hat sich ausgedacht es gäb auf dieser welt so was wie liebe ob nun aus trägheit oder nicht verstehen man lebt danach und glaubt es allgemein verwünscht die trennung hofft auf wiedersehen singt liebeslieder einsam und zu zweien doch manche gibt es die dahinter kommen auf sie herab sinkt tiefe stille sich ein zufall hat den schleier mir genommen seit diesem augenblicke leide ich der einundzwanzigste ein montag nacht der nebel hält die stadt in schleierntrübe ein müßiggänger hat sich ausgedacht es gäb auf dieser welt so was wie liebe eine fünfzig jahre alte besprechung einer fünfzig jahre alten nachdichtung brachte mich auf dieses gedicht und auch darauf eine eigene nachdichtung der ersten strophe zu versuchen die die von hans baumann von dem die anderen beiden stoffen stammen ersetzt seine erste strophe lautete der einundzwanzigste ein montag nacht der stadt konturen stehen in dichtem nebel und und irgendeiner hat sich ausgedacht die liebe sei auf dieser welt der hebel der damalige rezensent rené drommert erklärte diese übertragung für untauglich und führte zum vergleich eine wörtliche übersetzung an irgendein müßiggänger hat erdichtet daß es liebe gebe auf der welt die frage ob das stimmt ist sehr schlicht und muß nicht hinter einer metapher von der liebe als ein hebel in der welt lyrifiziert werden ob nun aus trägheit oder nicht verstehen man lebt danach und glaubt es allgemein verwünscht die trennung hofft auf wiedersehen singt liebeslieder einsam und zu zweien die frage die sich hier stellt wer ist man geht das jedem so oder nur den menschen die noch an die liebe glauben was außer liebe soll es sonst sein daß die menschen dazu bringt unter trennung zu leiden und auf wiedersehen zu hoffen doch manche gibt es die dahinter kommen nämlich daß es keine liebe gibt auf sie herab senkt tiefe stille sich ein zufall hat den schleier mir genommen seit diesem augenblicke leide ich das datum montag der einundzwanzigste gibt erste rätsel auf war das zeitpunkt dieses zufalls zeitpunkt der erkenntnis oder ein moment der einen an diese erkenntnis erinnert und weitere fragwürdigkeiten in einem auf den ersten blick geradezu schlagehaft leicht verständlichen text so einleuchtend das ist daß die erkenntnis es gibt keine liebe einen leiden läßt man wundert sich was für ein zufall das gewesen sein soll der zu dieser erkenntnis führte verlassen werden verlassen werden er kalten des eigenen gefühls fremd gehen des partners und weil man von der liebe in der eigenen beziehung enttäuscht wurde deshalb soll es grundsätzlich keine liebe geben vielleicht war das dem übersetzer zu banal und auch unlogisch und er wollte eine viel umfassendere erkenntnis aufscheinen lassen es gibt vielleicht so was wie liebe aber sie ist nicht das was die beziehungen unter den menschen vor allem anderen prägt offenbar ist aber die mangelnde logik des originals nichts anderes als ausdruck einer enttäuschten liebenden seele ungerecht verallgemeinernd macht sie sich mit anderen enttäuschten gemein und zeigt gerade damit sie ist der liebe als die beziehungen prägende macht vollkommen ausgeliefert ausgeliefert Untertitelung des ZDF, 2020